Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com, Bernd hier und in diesem Video geht es ein bisschen homeopathisch um das Thema Heilkräuter frei nach dem Motto des einen Unkraut ist des anderen Heilkraut und zwar ihr wisst ja ich hatte einen kleinen Unfall auf der Baustelle ich bin in einen Nagel getreten die Wunde hat sich auch entzündet hat man dann auch bei der Nachuntersuchung am nächsten Tag festgestellt dass es eine Rötung gab ist jetzt nichts dramatisches oder sowas ich meine klar Entzündung ist immer irgendwo dramatisch aber der Arzt meinte dann einfach so machen sie doch Kamillebäder und halten sie ihren Fuß da rein das hilft dann habe ich gedacht Kamilletee die meisten die Kamilletee so im Sinn haben denken so es schmeckt eklig aber ich jetzt auch nicht gedacht dass das so irre schnell funktioniert ein Kamillebad später und also es ist jetzt noch nicht komplett weg ist auch noch nicht komplett verheilt aber es ist um Welten besser ja ihr kennt das wenn eine Wunde entzündet ist dann bildet sich so ein Druck dann brennt das dann ist das unangenehm man hat einfach irgendwie so eine Art ziehen an der Wunde und es ist super unangenehm und das ist jetzt deutlich besser geworden ich hätte es nicht gedacht also wirklich auf ein Liter macht ihr drei bis fünf Beutel Kamilletee auf zwei Liter dann eben entsprechend sechs bis zehn Beutel es schadet nichts wenn es ein bisschen intensiver ist von der Konzentration her und es ist so lächerlich einfach wirklich da denkt man sich wir sind in so einer modernen Welt mit so einem Hightech Industrie und dann kommt einfach die Natur daher gut Kamille gibt es jetzt nicht im Beutel in der Natur sondern als Pflanze aber das kann man natürlich dann auch machen frische Kamille nutzen und das hilft dann einfach war ja einfach so ein lächerliches 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 Kraut ja Unkraut für die meisten und das hilft dann so immens gut deswegen also meine Überlegung ist das schon seit einigen Jahren so dass ich mir denke hier muss ich mehr Heilkräuter bringen also es gibt ja schon einige auf YouTube die das Thema machen aber ich denke mal so wissenschaftlich basiert mit selber Aufzucht und im Garten und Pflegen und machen das gibt es noch nicht das wird es dann auch definitiv bei mir geben und die Anwendung und so weiter das werde ich auch mehr bringen wenn ihr selber Tipps und Tricks habt könnt ihr es gerne auf Facebook schreiben oder mir hier auf unter die Kommentare unter das Video schreiben und dann können wir da richtig eine tolle Diskussion draus machen von der dann praktisch sehr sehr viele profitieren können und ich denke mal das Thema ist richtig super klasse vor allem weil das sehr sehr vielen weiterhilft ihr kennt mein Video zum Thema Kapuzinerkresse die funktioniert ja praktisch wie ein Antibiotikum nur eben auf natürliche Basis das heißt ihr könnt so viel Kapuzinerkresse essen wie ihr wollt im Gegensatz zu Antibiotika Tabletten oder Spritzern oder was auch immer da alles so gibt das hilft fast genauso gut das ist keine medizinische Aussage oder sonst was ja also nicht dass ich in eine rechtliche Ebene gehen will und euch beraten will als Fachmann aber es gibt in der Natur sehr sehr viele Dinge die wirklich helfen und das eben auf natürliche Art und Weise und wir sind alles Menschen wir sind Teil der Natur und deswegen sollten wir mit der Natur leben so müssen wir so 3d machen mit dem Finger so pieks pieks ansonsten würde ich sagen wäre cool wenn wir da eine Diskussion ausbauen könnten und bis zum nächsten Video und tschüss